Mein Name ist Simon Huber. Ich arbeite in der Abteilung Electrical System Design. Ich analysiere Leitungssätze hinsichtlich ihrer Automatisierbarkeit in der Fertigung, um mehr Prozesssicherheit zu gewährleisten. Arbeit hat für mich eine sehr wichtige Bedeutung. Man verbringt einen Großteil seiner Zeit dort. Deshalb muss man sich einfach wohlfühlen. Die Aufgaben müssen passen und es muss einfach Spaß machen. Am meisten Spaß macht mir, dass wenn wir ein Bordnetz entwickeln, dies zu einer sehr frühen Phase tun, meist sechs Jahre bevor ein Fahrzeug produziert wird. Wir müssen Trends erkennen, müssen wissen, was in sechs Jahren technologisch möglich sein wird. Wir müssen einfach innovativ sein. Mich als Entwickler macht es besonders zufrieden, wenn ich eine Idee gehabt habe, die ein Konzept zum Erfolg führt. Wenn dieses Konzept den Kunden dann auch noch überzeugt, ist es perfekt. Drexelmayr ist ein Familienunternehmen, was eine langfristige Planung ermöglicht, was natürlich nicht bedeutet, dass wir in Projekten keine Deadlines hätten. Trotzdem finde ich, dass man in der täglichen Arbeit das Familiäre spürt. Meine Leidenschaft ist Reisen und das am liebsten mit dem Rucksack. Dafür benötigt man natürlich Zeit. Drexelmayr ermöglicht mir seit Jahren, drei Wochen am Stück Urlaub zu nehmen, um andere Kontinente zu entdecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald!